Guten Tag, Bormann, Lehrer in Berlin. Was habe ich da gehört? Dieser Expertenverleugner, dieser Mr. Spam, dieser Krankheitslobbyist in der Regierung, dieser Pumpverteiler von unten nach oben, dieser Impfdosenverkäufer, dieser, ach mir werden noch ein paar mehr Begriffe einfallen für diesen Menschen. Also ich wünsche dem erstmal die allerbeste Gesundheit und dass er in seinem Krankheitsverlauf vielleicht genauso schnelle Fortschritte macht wie Mr. President in USA. Der Trump ist ja in drei Tagen irgendwie wieder gesund geworden. Dann wird man wohl immer noch positiv getestet, aber ist nicht mehr ansteckend oder so. So ein Jungspund, über den ich jetzt gerade rede, der wird das ja dann wohl in zwei Tagen schaffen. Dann ist der Zähschnupfen weg und dann geht es ihm wieder gut. Also ich will das Ding jetzt nicht verharmlosen. Ich habe da auch schon andere Sachen gehört von alten Menschen, die tatsächlich zu kämpfen hatten im Krankenhaus. Aber das Leben muss weitergehen, liebe Leute. Und das Leben funktioniert ohne Maske. Also wenn der Herr Gesundheitsminister immer eine funktionierende Maske aufgehabt hätte, dann wäre er jetzt nicht krank, oder? Also entweder hat er die Maske nicht aufgehabt und sich dann dort angesteckt, oder hat jetzt endlich mal zur Kenntnis genommen, dass Masken gegen Ansteckung nicht helfen. Und deswegen kommt dieser ganze Maskenquatsch jetzt endlich mal weg. Dieses Symbol für Unterdrückung, dieses Symbol für Übergriffigkeit, dieses Symbol für eine Herrschaftsform, die man nur als autokratisch empfinden kann, die das Gerüchte des Totalitären mit sich bringt, die absolut widerlich ist. Und so etwas habe ich mir in Deutschland nie vorstellen können. So etwas, völlig unmöglich. Also mir geht es wieder einigermaßen. Mal gucken, wie ich jetzt aus dieser Kiste wieder rauskomme. Mich in irgendeiner Form mit dem verängstigten Teil der Bevölkerung arrangiere. Also es wird schwer, es wird sehr schwer. Aber wissen Sie was? Mein Gefühl ist, Corona ist vorbei. Es ist vorbei. Kein Mensch hat jetzt in Zukunft noch Panik. Wir haben vielleicht noch Angst und Respekt. Aber Panik? Die ist weg. Also das, was wir im Frühjahr hatten, dass wir da wirklich so dachten, wir könnten den Türdrücker nicht anfassen, das ist weg. Das kommt auch nicht mehr, das Gefühl. Also ich desinfiziere auch keine Gegenstände mehr und sowas. Also wir fahren jetzt langsam das Leben wieder auf den Normalpunkt zurück. Dass es da irgendwelche Leute gibt, die immer noch meinen, in Panik schieben zu müssen, das ist schwierig für den Rest. Und die ein gesundes Gesundheitsempfinden haben. Die sich nicht von Krankheitslobbyisten krank machen lassen. Also wir können über das Thema inzwischen vernünftig reden. Bin ich der Überzeugung. Es gibt Mittel und Wege, einfach mal Leuten guten Tag zu sagen. Und zu sagen, hast du was dagegen, wenn ich meine Maske hier abnehme? Und die meisten würden sagen, nö, ist okay. Und das machen wir dann auch. Unmaskiert. Das Leben gehen. Nicht als Zombies. The Zombification is vorbei. Bei mir. Komplett. Und das ist ansteckend. Das ist der Freiheitsvirus. Und der befällt jetzt einem nach dem anderen. Und wenn Herr Söder meint, er kann da irgendwie eine andere Linie fahren. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Das ist alles extrinsische Motivation, um keine Strafen zu zahlen müssen. Aber das nimmt keiner ernst. Das kommt nicht von Herzen. Das ist idiotisch. Und das wird nicht funktionieren. Das ist meine Überzeugung. Also liebe Leute. Wir sehen uns auf der nächsten Demo. Wenn die Söder ist dieser Welt. Den Scheiß so weitermachen wie bislang. Und wir stellen das Grundgesetz wieder her. Schönen Tag noch. Und wir sehen uns da. Wir sehen uns da. Und wir sehen uns da.